Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Trouble in Terroristown und Pan war gerade im Traitor-Venü. Ja, ich habe es gesehen, Pan, ich habe es gesehen. Auf dem Steg, Tobe. Okay, Tobi, wenn du dir sicher bist, dann erschießt sie. Komm, ab geht's. Das ist ja viel zu wenig Beweis, sie stand einfach nur auf dem Steg. Okay, da hast du recht, Tobi. Ich habe den Skin ausgewählt, ihr einten Pupel. Ja, da hast du den Skin aber auch gerade... Ja, nee, nee, Pan, weg. Nee, und dann war der auf einmal weg. Pah, Ostasch, ich will hier Urlaub machen. Einfach mal fett die Eier ins Salzwasser halten, ne? Boah, richtig geil, so ein kochendes Salzwasser, das ist richtig gesund. Das ist richtig Ayurveda. Alter, wer war das? Tobi, Tobi, Tobi Stratter, Tobi Stratter. Ja, das würde Sinn machen. Ja, generell macht das immer Sinn. Alter, der Tobi hat fett ins Wasser geschissen. Das ist so ekelhaft. Boah, da stinkt der Mock, Alter. Das ist so widerlich. Das ist so, wie wenn du so einen Top voller Sauerkraut nimmst und stellst dich mal zwölf Tage in die Sonne. Graut? Oh, Graut. Mit die. Dit dit. Dit dit. Dit dit. Dit dit. Dit dit. Hä, ich kann meine Mundi nicht mehr mitnehmen. Wieso nicht? Wo ist der Curry? Curry? Oh, Curryiii! Curry! Curry! Gleiche suchen! Kevin! 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 Kevin, jo! Au! Wer hat die Sniper mitgenommen? Das ist so gemein. Ich wollte auch eine haben. Wo ist der Curry? Curry, bist du wieder oben? Bist du wieder am Campen? Einer könnte oben gucken. Oder im Wallen? Ich guck mal oben. Wenn ich gleich tot bin, wisst ihr da Bescheid. Hier war der Tobi. La, 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 la. Er wurde gesteppt? Er wurde gesteppt? Was? Gesteppt? Hä? Hat er Stepped Hands gemacht? Oder was? Warte, wer ist das da hinten? Mit ner Blade? Oder was? Tobi? Ja, ich sitz aufm Boot. Bleib mal kurz da sitzen, ja. Äh, da you were stepped and cut before quickly bleeding to death. Mitm Messer? Hä? Hat man das schonmal? Nein, ich glaub nicht. Cool. Ist das eine von den neun Waffen? Lob, lob, lob. Kann man bitte jemanden die Pfanne noch mal machen? Einer von euch. Einer von euch. Ich sehe Pan auf der Brücke. Aber gut, die Pan hat ihn gerade gefunden. Tobi, Tobi, wirst du denn? Mein Auge, Jungs. Ich versuche, auf das scheiß Boot zu kommen, aber ich schaff's nicht. Warum? Welchen Grund sollte das haben? Was denn? Auf das Boot zu kommen? Dass er Tobi das Boot will? Ja. Ich wollte hier ein Spray dran machen, geht gar nicht. Ich bin weg, ciao. Ja. Bist du wieder im Wald? Ja, natürlich. Warum? Hä, wie, warum? Weil ich da hingekommen bin. C3-Büro. Schicke mir die letzten Koordinaten gegen USS Pimmelberger. Hey. Okay, Pan, bist du das? Ja, das bin ich. Mh. 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 Ja, das freut mich gar nicht auf, weil er war hier. Wo seid ihr denn? Ihr seid immer noch im Dschungel? Ich komme jetzt mal runter. Ciao. Die Partner hat mich geschubst. Was ist jetzt hier oben? Curry, Curry, gib uns ein Zeichen, aber kein auffälliges. Ah, hier ist er, hier ist er. Curry, wenn der Eric Traitor ist, dann huste bitte. Was war das denn? Wie gemein. Curry, wenn die Pan Traitor ist, dann... Nieß bitte zweimal, ich wurde angeschossen. Lass sie, lass sie! Nein! Boah. Ich bin near the death. Eric, du bist aufs Knifen, ne? Klar. Was soll ich denn sonst machen? Ich bin der Traitor. Sauberflügel! Eric, lass es! Iiiiick. Vorne, er, hittig. So, was haben wir denn noch Schönes hier in unserem Menü? Schick mir doch mal eine schöne Lokomotive rüber hier. Ja, die ist mir zu schnell, einfach. Ah, fuck, was kann ich ja mal nehmen. Müsst du, wenn ich jetzt die Lüste, wo du bist? Ist hier keine Sniper, oder was? Boah, das ist doch einer der Brumse, ey. Die Zeit ist abgelaufen. Fuck. Der Eric hat nicht gewonnen, der Tobi hat gewonnen. Hä, bei mir stand Traitor 1. Der hat überlebt, der Tobi, bei mir. Bei mir stand Traitor 1. Time has run out, Traitor lose. Also. Bei mir stand Traitor 1. Hä? Hä? Da hab ich mich falsch gelesen. Traitor gar nicht. Das war gerade ein schönes Ding da. Ne, bei mir steht auch, innocent. Was ist jetzt los? Hä, ich sah gerade voll die Grafikfehler. Aber ich gönns dir trotzdem. Einfach C drücken, da steht das dann. So. Eric, das war echt schön. Ja, zu spät. Ja, das war echt schön. Aber cool, ne? Ja, war echt schön. Drück mal C, Eric. Dann müsste bei dir auch ein bisschen stehen. Hey, was ist jetzt los? Hallo? Lol. Internet! Internet! Hallo? Wo ist mein Internet? Ist mein Internet weg? Mein Internet ist weg. Oh, nein! Am besten einfach wegrennen. Gut, das kann ich am besten. Sodass er sich nicht kriegen kann. Dann ärgert er sich nämlich, weißt du? Der kommt morgen früh an. Der ärgert sich. Renn weg, renn weg, Eric. Bitte. Tobi, das war mega eindrucksvoll. Er hat ihn schon. Ach, schade. Der Tobi hat von oben die Lokomotive geschossen. Hat ein bisschen gedauert wieder. Der Stuhl hat dich verwirrt, oder? Mhm. Dieser Bürostuhl, ich find den so geil. Ich hab den auch noch nie wirklich richtig gesehen. Deswegen war ich so, hä? Kann den bitte einmal, einer mal oben an der Klippe einfach so in den hohen Bogen nach oben schießen, wie so ein Regenbogen? Das ist ja voll schön. Der schöne Bürostuhl. Tobi? Was gab es? Geil. Geil. Die ballert einfach. Ich muss noch schon runterspringen. Tobi, komm. Eine, ich vermisse eine Waffe. Ich vermisse eine Waffe. Das mit den Schuhen sollte nicht das mit den Schuhen sein, sondern der MPC, der einen verfolgt und beleidigt. Mit dem Stuhl oder mit den Schuhen? Mit den Schuhen. Ich hab noch gar keine Schuhe gesehen. Doch, das ist ein Hobo-Dings. Also eigentlich sollte es was anderes sein, deswegen. Ah, okay. Muss ich nochmal gucken. Ähm. Ja? Ähm. Ah, es la. Tobi. Ne, schon wieder. Äh, ne. Tobi, wo bist du? Äh, Tobi, bist du da? Wie er gerade den Bumerang wirft hier. Erik, Erik, noch mal stehen. Der kann doch nicht schon wieder. Oha. Der Kader braucht schon eine Hälfte. Alles gut, Mann. Oha. Schnee mich hier. Wo ist denn, was ist denn mit Curry? Schon da? Der ist schon wieder tot gewesen. Ist ja unfassbar. Ich sehe es gerade. Gott, du bist so eine Dreck-Sau. Wir brauchen gleich noch extra Content für Curry. Der Stuhl, Alter. Was ist los? Was ist los mit dem Stuhl? Ich weiß nicht, aber warum bist du denn schon? Ich bin doch wieder Traitor. Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin es doch gar nicht. Komm mal locker, ey. Diese Verdächtigung hier. Schieß mich doch wieder ohne Grund. Hätte ich das mal wirklich gemacht. Na klar. So, wo könnte der Tobi sein? Die kleine Butterbirne. Mit kleinen Butterbirnen. Wie heißt du mich gerade genannt? Mit kleinen Butterbirnen. Butterbrot. Das sieht ja aus, wie wir ein Schwein scheißter machen. Die Witte. Die Neuss. Scheiße. Paranoid hier schon wieder. Pananoid. Du hast Pananoid? Pananoid werde ich. Weil ich hab die ganze Zeit so Piepen auf dem Ohr. Das stört mich voll. Ich bin ein Storsch. Geh weg. Nein. Oh, scheiße. Was war das denn, ey? Tut mir leid. Curry. Oh Gott. Ja? Entschuldigung. Ja, alles cool. Tut mir leid, dass du gerade direkt genannt hast. Der Tobi ist echt schon direkt genannt. Alles cool. Ja, einfach nur so. Warum, weiß ich auch nicht. Curry, hast du Lakritz wiedergefunden? Nee, immer noch nicht. Ich hab Bernie gegessen, ich sag's dir. Nein, Mann, der isst das nicht. Frag mal, fahr mal, wer ist der Essen? Aber der isst das wohl, ey. Der hat bestimmt weggeschmissen. Nein, das können die nicht. Wir würden die niemals wegschmeißen. War, das ist für meinen Joghurt, das schmeiß ich schon mal. Vielleicht war ich schon abgelaufen. War nicht abgelaufen. Die Geschichte ist, dass wir Curry Lakritz geschenkt haben und es bei ihm verschwunden ist. Der Curry, der mag nämlich Lakritz an alle, die den Curry immer noch Lakritz schränken möchten. Er mag Lakritz. Ja, aber nur dieses richtige, harte Lakritz. Schick mal alle, schick mal alle ein Paket Lakritz an Curry. Nicht so Salzfische, die mag ich nicht so. Auf der Gamescom, bitte. Halt so reines... Aber da war ja kein Salz jetzt so dran, weißt du, was ich meine? Nee, nee, das stimmt. Tobi, du hast kein Skin, 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 Tobi, du hast kein Skin. Können wir bitte alle dem Curry ein Paket Lakritz schicken? Ja, hat er überhaupt nen Postfach oder so? Hat er überhaupt nen Postfach? Ich hab ne. Nee. Eine Pläne-Messie. Hast du nicht? Nee, lass mal abholen. Ich blende jetzt die Privatsphäre. Jetzt krieg ich so 5.000 meiner Kritzen. Ich hab auch für RPC ganz viel Lakritz gekriegt, weil die Leute wussten, dass ich Lakritz mache. Ist aber ungeil bei einer Diät und leider hab ich auch schon zwei Packungen komplett gegessen. Ich hasse mich so lange. Oh, das ist aber nicht so cool. Ja, aber jetzt ab heute wirklich nicht mehr. Ähm. Ja? Tobi. Ähm. Curry ist traitor. Voll nicht. Hä? Was? Büroartikel! Ey, Pan, warte mal, stopp! Warte mal, bitte, stopp, Pan. Pan, ey, stopp, Pan. Nein. Bitte, Pan, ey, ey, warte mal, Pan. Pan, bitte. Bitte, stopp. Tobi, bist du auch tot? Du musst, du musst erst mal reflektieren, okay? Oh mein Gott. Pan? Ja? Lebst du jetzt noch oder nicht? Ne, ich bin grad gestorben. Ja, ich kann ja sein, dass der Tobi dich gekillt hat. Da haben wir gerade so schön über Lakritz geredet, weißt du? Ist es nicht der Tobi? Hm. Hm. Also ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Immer denkst du, ich seh dich nicht? Dein Umhang verrät dich. Was war das denn? Hä, was war das denn jetzt? Arsch. Blöde Fliege. Blöde Fliege. Du, blöde Fliege. Du, blöde Fliege. Scheiner. Kann ich den irgendwie wieder aufschaden? Pan? Ja? Sag mal, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Ich sag dir, der Tobi lebt noch. Was machst du denn da? Scheiner! Hä, wo bist du denn Pan? Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Frische Luft. Ach, wo eine andere Waffe. Hey Pan, find's da jetzt irgendwie lustig oder so? Von eine andere Waffe. Das ist unfair! Ich seh dich nicht. Alter Scheißhaus Fliege. Ich seh dich nicht. Pan. Oh, bis zu. Pan. Also sag mal hallo. Du weißt ganz genau, wo ich bin. Ich weiß wirklich nicht, wo du bist. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, wo du bist, Pan. Ich würd's ge- Alter, hier ist sowas von Secret. Pan hier ist ein Secret. Wir müssen mal eben Pause machen. Pan. Jetzt sag doch mal, wo du bist. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist total unfair, was du machst. Scheiße! Ach, Robbenschub. Es muss, jede Session muss es mindestens einmal sein. Oh, Manu. Oh, Mannu. Schön. Mannu. Du bist so doof. Oh, Pan, auf bitte jetzt, ey. Du bist so doof. Doof. Hä? China. Was ist mit Batman? Tobi will einfach Batman sein. Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Tief in den Innern ist es einfach. Ich hab mich vorhin verklickt. Da hat mich der Curry getötet. Ja, aber schreib bitte Batman. Ja, Tobi. Geiler Typ. Ja, Tobi. Oh, schön. Wer hat denn da Feuer gemacht? War das Batman? Das war Batman, ja. Lass mich alle in Ruhe. Er hat auch ein Feuer gemacht. Ich muss kein Batman mehr. Oh, meine Tastolo. Ah. Fuck. Moment. Fuck. Oh, hört sich auch an, die Batman. Okay, Batman, lass mir mal durch. Joker hat keine Ruhe und so. Original Batman. Kann man auch Feuer auf dem Wasser machen? Würde mich mal interessieren jetzt. Öl. Saratöl. Guck mal. Feuer. Oh, ne, passiert nichts. Oh, Curry wird das Wasser anzünden, Currys Traitor. Ja, ich bin's. Currys Umwelt-Traitor. Ich bin's. Ich bin's. Traitor. Oh, was war das denn? Erik ist das seine. Was war das denn? Erik, Mensch, Erik. Eieieieieieieiei. Oh, was war das denn? Was war das denn, Tobi? Aua, nein. Tobi, warum? Scheiße. Aua. Habe ich nicht geschubst oder wie? Tut mir echt leid. Ja, mit deinem Atem. Oh, das ging aber schnell jetzt, ne? Ja, vorhin hat es so gut funktioniert. Ich wollte es normal machen, aber dann wollte ich es zu sehr. Ich wollte es zu hart. Das ging aber schnell jetzt, ne? Du musst es loslassen. Ja, viel zu schnell. Ich würde sagen, kurze Pipi-Pause und dann Ben und Ed. Stimmt, die erste Runde war ja auch so kurz, ne? War der Tobi da ja, ne? Ja, ist halt so. Tobi ist schuld. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin da scheiße. Okay. Ja, ich bin auch scheiße. Tschau. Penis. Es rappelt in der Kiste. Es rappelt in Karton. Und wen ich gestern küsste.